Was haben wir? Eine Leiche. Wer ist jetzt? Pathologen-Ehrenwort. Dieser Mann ist schon außergewöhnlich lange tot, da bin ich mir fast sicher. Wie lange? Kann ich nicht genau sagen. Aber sieh dir mal seine Zähne an. Schlecht gepflegt, keine Füllung. Wie vor 100 Jahren. Du kannst also in der Zeit zurückreisen und triffst dort deine Uhr an. Unsere Eiskelle-Leiche hat sich verändert. Sie schrumpelt zusammen wie eine Tüte d'Obs. Da kannst du bei zusehen. Ich habe noch niemals eine Leiche innerhalb einer Stunde so schnell altert sehen. Tut mir leid. Ich habe noch niemals eine Leiche innerhalb von euch. Ich habe noch keinen Geil. Ich habe noch niemals eine Leiche innerhalb von euch.